Wir haben am Erslinger Bahnhof eine Litfaßsäule komplett mit unseren Ausstellungsplakaten plakatieren dürfen. Und diese Plakate sind jetzt der Bevölkerung, der Gesellschaft übergeben worden. An der Litfaßsäule selbst sind Stifte geblieben, die von vorbeigehenden Passanten dann tatsächlich benutzt wurden. Und nach zwei Tagen kann man sehen, wie diese Säule aussieht. Es ist eine echte Mediensäule geworden, die heute eigentlich gar keine Botschaft mehr trägt, außer sich selbst. Es ist gar nichts mehr zu erkennen von unseren anfänglich schönen Botschaften. Es ist jetzt eigentlich nur noch ein Gekriegel und Gekrackel übrig geblieben. Und das, finde ich, ist doch tatsächlich, wie unsere Welt ist. Keiner versteht mehr irgendwas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017